Herzlich Willkommen, mein Name ist Udo Trausnick, ich leite die Studienrichtung Automatisierungstechnik an der Fachhochschule Campus 02. Die Fachhochschule feiert heuer ihr 25-jähriges Jubiläum und zu diesem Anlass gibt es eine tolle Aktion, nämlich unter dem Motto Geh mit uns, wandern wir mit besonderen Persönlichkeiten und da darf ich heute die Petra Wild herzlich begrüßen, die mit mir hier am Theater Wanderweg in Sankt Josef ein Stück gemeinsam gehen wird. Petra ist Absolvent in der Studienrichtung und auch Mitarbeiterin der Studienrichtung gewesen und ich freue mich schon auf das Gespräch und auf die Meter, die wir zurücklegen werden. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Ja, die Studienrichtung Automatisierungstechnik gibt es ja seit am Beginn an, wie du weißt, also wir feiern auch 25 Jahre, nicht nur die FH. Voriges Jahr haben wir ein tolles Zahlenjubiläum gefeiert, unseren tausendsten Absolventen, tausendste Absolventin, von denen du eine bist, durften wir sponsieren und da haben wir uns besonders gefreut, weil natürlich über den Zeitraum macht es dann auch in Zahlen was her. Ja, wann bist du eingestiegen? 2007, das ist auch schon seit Jahren. Wahnsinn, ja. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ja, wie war das für dich, wie bist du eigentlich auf uns gestoßen als Studienrichtung? Ja, ich bin HTL gegangen, die HTL absolviert und dann wollte ich eigentlich studieren, einmal als Student das Leben genießen, aber nebenbei auch arbeiten, um unabhängig zu sein, eigenes Geld zu verdienen, einmal im Leben stehen mit beiden Beinen. Ja. Und ich wollte immer was technisches machen und da bin ich eben auf die Fachhochschule Campus 02 gestoßen, auf den Studiengang Automatisierungstechnik, der eben genau diese beiden Sachen anbietet. Studieren und arbeiten, also Berufsbegleitung studieren. Ja, und dann habe ich mich da vielleicht beworben und gesehen, dass da auch eine Stelle ausgeschrieben ist als Studien- und Projektassistentin. Die Ausschreibung Studien- und Projektassistent war zum Zeitpunkt deiner Bewerbung gerade online sozusagen? Ja, genau, das hat sich super gegeben. Ich habe mich beworben für die Abteilung Elektronik, Elektrotechnik, Herrn Dr. Bauritsch. Ja, genau. Ich durfte Probearbeiten, zwei Tage reinschnuppern in das Geschehen F&E, Laborkundenprojekte. Ja, und dann hat sich das ergeben, dass ich einen positiven Bescheid bekommen habe, dass sie aufgenommen wurde. Ja, kann ich mich erinnern. Und somit durfte auch ich diese Stelle antreten. Ja, das war eine super Sache. Sehr gut, ja. Wie war das für dich? Vielleicht beginnen wir mit dem Teil Studien- und Projektassistent, Assistentin in dem Fall. Ist ja ein Modell, das wir gerade in der AT entwickelt haben und initiiert haben und seit vielen Jahren auch aus unserer Sicht erfolgreich leben, damit junge Leute nicht nur bei uns studieren können, sondern parallel berufliche Erfahrung sammeln können und damit am Ende ein fertiges akademisches Studium haben und aber auch drei beziehungsweise viereinhalb Jahre berufliche Erfahrung. Ist super. Wie war das für dich so? Ich muss ehrlich sein, es war super. Es war das Beste, was man passieren hat können, weil als Studien- und Projektassistentin, egal egal in welchem Fachbereich man da ist, ob es Elektrotechnik, Elektronik ist, Maschinenbau oder Softwareentwicklung, man hat immer einen Mentor, das ist quasi der Leiter dieser Abteilung, der einen dabei begleitet, das Know-how weitergibt. Man kann so viel an so vielen verschiedenen Projekten mitarbeiten, was lernen. Ich habe Einblicke in die verschiedensten Branchen bekommen, verschiedene Firmen besucht, gemeinsam mit denen Projekte erarbeitet. Weil ja unsere Auftraggeber eben komplett unterschiedliche Unternehmen sind. Genau. Überall aus der Industrie herkommen und das war einfach abwechslungsreich und somit habe ich auch wirklich in die verschiedensten Bereiche reinschnuppen dürfen. Und das Beste daraus war eigentlich dann, dass ich die Masterarbeit für das Unternehmen, wo ich jetzt noch immer tätig bin, seit über zehn Jahren schreiben habe dürfen. Und danach, wie ich das Studium absolviert habe, konnte ich dann in diesem Unternehmen direkt anfangen zu arbeiten. Das war einfach... Also so richtig best practice, best case, oder? Ja, wirklich. Das muss man echt sagen. Ja, schau, jetzt muss ich da mal kurz hingreifen. Da sind deine Haare gekommen. Ja, sehr cool. Wie war das so, sozusagen jetzt, weil du sagst, da jeder hat einen Mentor, ja? Ganz richtig, eben den Fachbereichskoordinator. Genau. Uns ist eben auch wichtig, dass die Studienprojektassistenten, Assistentinnen einerseits was lernen bei uns, ja? Also auch gut sozusagen betreut werden und sich gut weiterentwickeln können. Andererseits aber auch natürlich das Gefühl haben, dass ein Beitrag leisten zu den Projekten, ja? Also das jetzt nicht nur ganz einfache Tätigkeiten machen, sondern wirklich einen Beitrag leisten und vielleicht auch das Gefühl haben, im Lauf der Jahre immer mehr dazu beitragen zu können. Ja, auf alle Fälle. Wie hast du das so wahrgenommen? Auf alle Fälle. Also mein erster Arbeitstag, den werde ich auch nie vergessen. Okay. Das war der dritte, neunte 2007. Mein Geburtstag! Ja, genau. Das werde ich nie vergessen. Und da waren wir gleich am ersten Tag bei einer Firma auf Besuch und haben quasi ein Kundenprojekt besprochen. Ja. Und ich war erst mal vierzehn Tage später, oder waren es drei Wochen später, hat mich mein Mentor zu dieser Firma nochmal mitgenommen, um das Projekt weiter zu besprechen. Ja. Und hat dann mich quasi den Lied, mir den Lied übergeben von diesem Meeting. Okay. Quasi gleich ins kalte Wasser geschupft. Okay. Und das war einfach super, echt viel gelernt und auch gut gemeistert. Und ja, man sieht einfach, dass man gemeinsam was schafft und auch selber sich weiterentwickeln darf, selbst kreativ sein darf, eigene Ideen einbringen kann. Ja. Und das war wirklich eine super schöne Zeit, an die ich gern zurückdenke, muss ich echt sagen. Sehr cool, ja. Ja, Petra, wir sind ja am Theaterwanderweg, St. Klosauf. Ja. Da gibt es natürlich auch solche Stationen. Die könnte man jetzt nutzen für eine kleine Pause, oder? Das hört sich gut an. Das machen wir. Ja, probieren wir es. Vielleicht kommen wir da rauf. Ja, schauen wir mal. Ah, das passt. Perfekt. Nicht schlecht, oder? Ja, Wahnsinn. Aber irgendwie erinnert mich das an eine Hoppatla. Es ist ein bisschen groß geraten. Ja, eh. Hätte ich so das Gefühl, oder? Mein Tisch und Sessel sind von Hause, sind auch nicht ganz so groß. Ich glaube nicht am Lobby, ja. Was du jetzt erzählt hast, hat dir alles super geklungen. Freut mich natürlich auch sehr. Hat es eigentlich eine Hoppatla-Sage gegeben? Ja. Ja. Also, das war nicht einmal drei Monate her, wie ich angefangen habe, zum Arbeiten und Studieren am Campus, haben wir ein Projekt gehabt. Das hat kein Projekt Fahrradschloss. Ja, genau. Ich glaube, du kannst dich erinnern. Natürlich, ja. Und da haben wir Elektronik gebaut und einen Akku verwendet, um diese Elektronik eben zu versorgen. Mhm. Und eines Tages haben wir den Akku aufgeladen und der ist natürlich in Flammen aufgegangen. Mir hat es Wulff geschreckt. Ich denke mir, oh mein Gott, jetzt arbeite ich drei Monate und das Labor brennt schon. Ja. Und dann natürlich sofort Feuerlöscher, alles gezuckt. Schaut, was der Schaden ist. Die ganze Elektronik war zum Kübeln. Genau, war das nicht auch kurz vor der Projektabgabe bzw. vor einer Projektpräsentation? Ja, das war ja das Wulpeinliche. Wir haben halt dann alles so gut, wie es gegangen ist, wieder repariert und dann Gott sei Dank das Projekt erfolgreich abschließen können. Aber das war halt mein persönliches Hoppala, was mir passiert ist in der ersten Laufbahn. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass die Fragezeichen in den Köpfen so unterschiedlich waren. Viele haben sich natürlich zuerst einmal gefragt, hoffentlich ist niemand was passiert. Die anderen haben sich schon gefragt, hoffentlich ist da Elektronik passiert. Richtig, immer. Hoffentlich funktioniert das noch alles. Richtig, ja. Aber ja, jetzt kann man drüber lachen. Wir haben alles wieder reparieren können und von dem her nichts Tragischeres. Wie war es bei dir? Ist dir nichts passiert in deiner Laufbahn? Du, natürlich. Hoppala, das gehört dazu. Und natürlich ist ja auch ganz wichtig, dass man auch aus Fehlern lernt. So ist das. Wie heißt das so schön? Man darf Fehler machen, nur denselben, nicht ein zweites Mal, wenn es leicht geht. Du, bei mir, was mir so einfällt, war in einem Projekt, wo ich für die Roboter zuständig war und deren Programmierung. Und wie es halt so ist, man ist dann abhängig von den Signalen, die man von den anderen kriegt. Und der Roboter hätte sollen eine Flüssigkeit eindießen, hat leider den falschen Befehl bekommen und hat das natürlich irgendwo verschüttet. Ja, worauf natürlich vom ganzen Projektteam dann, ja, entsprechende Stimmen kamen. Ja, ist eh klar, da draußen nicht. Ne, ist ja ein Blödsinn. Ja, klar. Ja, was macht mein Roboter im nächsten Moment? Natürlich rein zufällig. In der nächsten Bewegung, die auch falsch war, schnappt er sich ein Handtuch, das zufällig dort gelegen ist und wischt die Pfütze auf, die er gemacht hat. Ja, also das war sensationell, ja, und dann waren alle erstaunt und hat keiner mehr was gesagt, was macht er draußen jetzt, ja, respektiv für seinen Roboter. Und das war echt sensationell. Wie gesagt, Ursache waren einfach eine falsche Bewegungsabfolge, ja, man kann ja nichts dafür. Aber, ja, so ein Hopperler und, ja, lesen sie lernen, so ist es, genau. Wie bist du eigentlich da zu kommen, wie bist du Studiengangsleiter geworden, beziehungsweise was hat dich zum Campus 02 gebracht? Du, gute Frage. Ich habe eigentlich seit Beginn meines Studiums an der TU Graz, ich habe Elektrotechnik studiert, von Beginn an nebenberuflich gearbeitet als Selbstständiger. Ich habe dort für Unternehmen Projekte gemacht, vor allem viel programmiert und auch fast von Beginn an am Wi-Fi unterrichtet. Ah, okay. Und die Fachhochschule Campus 02 hat ja als Hauptgesellschafter die Wirtschaftskammer Steiermark und am Beginn, also 1996, wie sie gestartet sind und mit der Gründung 1995, haben ja einige Wi-Fi-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für die, damals noch nicht, FH, gearbeitet. Okay. Und ich habe da am Wi-Fi im Bereich Elektronik vor allem unterrichtet, aber auch Robotertechnik, eben auch Automatisierungstechnik und habe da natürlich viele Leute gekannt. Mhm. Und mein Vorgänger, der Alfred Zindes, hat damals den Studiengang geleitet und hat aber einen neuen Studiengang, nämlich die Wirtschaftsinformatik, Informationstechnologien, erarbeitet, eingereicht. Und dann hat es geheißen, er darf aber nicht zwei Studiengänge leiten. Jetzt haben sie einen neuen Studiengangsleiter gebraucht und dann wurde die Stelle ausgeschrieben. Und sie haben mich Gott sei Dank auch kontaktiert und mich informiert, so wie ich die halt auch informiert habe, dass es da was gäbe. Ja, und ich habe mich auch beworben an dieser Stelle, weil es mich natürlich interessiert hat. Und ja, ich bin dann, war zu der Zeit Assistent an der TU Graz. Ich habe gerade eifrig an meiner Dissertation geschrieben. Und das ist vielleicht auch so eine Geschichte und dann war ich eben beim Hearing an der FH und der Magister Hochhecker war damals der Geschäftsführer. Und der sagt dann, ja, Herr Draußen, das ist alles recht interessant, aber wenn wir sie nehmen, dann nur mit Dissertation. Ah, das war dann der Druck, eine Motivation, ne? Genau, Motivation, dass ich einmal Dissertation halt abschließe und die hat dann gleich nachgelegt und wenn, dann braucht man sie mit 1. Oktober. Ja, und da war nicht mehr allzu viel Zeit, ja. Hausbaut haben wir eigentlich auch gerade und die Fiedelz haben wir auch. Also es war in dem Jahr sehr viel los, nämlich im Jahr 2001 und das ist jetzt auch genau 20 Jahre her. Wahnsinn, Zeit vergeht. Und so schnell vergeht die Zeit und ich bin dann eigentlich direkt als Studiengangsleiter dort eingestiegen. Und ja, war für mich natürlich eine Riesenchance, so ähnlich wie es du erzählt hast, da habe ich mir auch gedacht, na gut, da muss ich jetzt ja sagen, weil das möchte ich und will ich probieren, weil es interessiert mich. Unterrichtet habe ich eben schon viel, sowohl am Wifi als auch an der TU Graz, als auch an anderen Institutionen und ich habe gewusst, das ist etwas, was ich gerne mache, was man liegt, mit jungen Menschen arbeiten, Wissen weitergeben. Und ja, dann habe ich den Zuschlag bekommen und bin auch, wie du gesagt hast, ins kalte Wasser gesprungen. Super, aber wenn du denkst, was früher war und wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, was sie dann in den letzten 20 Jahren, wo du jetzt schon mit an Bord bist und in 25 Jahren FH, da hat das ja ein Wahnsinn, oder? Das ist ein Wahnsinn, er hat es nämlich nicht nur sozusagen im Berufsfeld, da hat es natürlich auch sehr viel getan, aber ich werde nie vergessen, der Alfred Zindes, den ich auch sehr schätze und der auch mein Mentor war da natürlich, der mich auch sehr unterstützt hat und natürlich in die FH-Welt eingeführt hat. Da geht es ja auch viel um rechtliche Rahmenbedingungen, wo er natürlich keine Ahnung hatte und er schon die Erfahrung gehabt hat, aber eine Geschichte war, dass er eines Tages dann gesagt hat, so Udo, und jetzt übergebe ich dir die Laboreinrichtungen der Studienrichtung Automatisierungstechnik und ich dachte, jetzt werden wir irgendwo hingehen und dann wird die Tür aufgehen. Ganz ein feierlicher Akt und dann hat er hinter sich in seinen Kasten gegriffen, hat einen Frequenzgenerator, ein Multimeter und ein paar Strippen, außer wir haben dann gesagt, lieber Udo, ich darf es dir überreichen. Das war alles. Wahnsinn. Also mehr hatte die FH-2001 in der Automatisierungstechnik nicht an Equipment. Wahnsinn. Das war's. Wenn ich das jetzt vergleiche, was wir für tolle Geräte haben und Laborein. Warst du überhaupt schon auf Besuch jetzt? Ich war schon, ich habe schon die Ehre. In neuen Gebäuden habe ich euch schon besuchen dürfen. Erzähl einmal, seit wann seid ihr dort? Was gibt es da als Neues? War sehr spannend, der ganze Prozess, aber wir sind sehr glücklich, happy. Ja. Ja. Wir haben von 2019 auf 2020 das Gebäude Haus B im Rosenhof komplett saniert und ja, jetzt ist die Automatisierungstechnik kompakt zusammen in dem Gebäude, in drei Ebenen. Mit 1000 Quadratmeter und wir haben alle Labore, die du kennst, vor allem jetzt Forschungs- und Entwicklungslabore, die halt im Rosenhof Haus A waren, die unten im Bereich Wifi-Wirtschaftskammer waren. Wir sind alle wirklich zusammengezogen in dieses eine Gebäude, inklusive aller Büros, von der Studiengangsleitung, über natürlich Office, über die hauptberuflich Lehrenden und so weiter. Und das Arbeiten ist jetzt natürlich schon mal deshalb viel, viel angenehmer. Ja, du weißt ja, wir sind vorher auf und niedergelaufen. Ja, so wie ist die räumlichen Trennungen, das ist ja auch schon auf der Hürde. Wenn es Luftlinien nicht viel ist, aber ein paar Höhenmeter sind es auch. So wie ist, ja, nein, das ist super. Und so weißt du, die Kollegen sind bis zu zehnmal am Tag zwischen den Labors auf und nieder. Also wir haben jetzt wesentlich kürzere Wege, das Zusammenarbeiten geht natürlich leichter, weil wenn jetzt, wie wir vorher gesprochen haben, der Elektroniker vom Maschinenbauer was braucht, ja, ein Gehäuse im 3D-Druck, dann wechselt der maximal Stockwerk oder das Zimmer und man kann sich das ausreden. Ja, super. Also ganz toll. Im Prinzip haben wir dort jetzt unser, dein vormaliges, bestehendes Elektroniklabor, neu sozusagen aufgebaut und jetzt schön Platz für alle Dinge und alle Geräte. Wir haben dort dann das Maschinenbauer Robotiklabor, was wir früher im Keller hatten, wenn du dich erinnerst, ohne Fenster. Jetzt mit Blick auf, ja, das Graz-Zentrum, sag ich mal, dazu und auf den Schlossberg vor allem. Das haben wir erweitert, ein bisschen durch mechanische Fertigung im Bereich Maschinenbau, was wir vorher nicht hatten. Das heißt, wir haben jetzt sogar einen Schweißplatz, wir können drehen und so weiter. Ganz toll. Und dann haben wir unser Rapid Prototyping Labor, 3D-Druck und Co., was vorher auch im Keller mit kleinem Fenster war, auf engstem Raum. Da haben wir jetzt einen schönen Raum und einen zweiten, wo wir jetzt die Nachbearbeitung machen können. Das heißt, ganz neu auch eine Sandstrahlanlage zum Beispiel, explosionsgeschützte Zone, wo wir mit Chemikalien entsprechend arbeiten können. Die entsprechenden Lagerstätten und Räumlichkeiten, die wir vorher auch nur so halbwegs gut erfüllt haben. Jetzt wirklich alles sauer mit Abluftanlagen ins Freie und so weiter. Und ganz neu dazu gibt es zwei Labore, nämlich das, was bisher gefehlt hat in der dritten Säule, das Informatik-Labor. Da haben wir keines gehabt. Das ist wirklich neu. Und das EAS Lab, das steht für Energy Analytics and Solution Lab. Das ist ein Labor, wo wir uns im Prinzip mit elektrischer Energietechnik und der Optimierung dazu beschäftigen. Und das konnten wir über ein Förderprojekt finanzieren, also das Landsteiermarkt. Und da haben wir vom Außenbereich Photovoltaikanlagen, Elektro-Ladestellen und Innenbereich. Da haben die ganzen Wechselrichter, Akkumulatoren, Verteilung, Visualisierung, Leitsystem und Co. Und ja, das ist jetzt eine super Infrastruktur, nicht zu vergleichen mit Frequenzgenerator, Multimeter und zwei Strippen. Ja, Wahnsinn. Da hat sich echt viel da super. Aber nicht nur in den räumlichen Veränderungen hat sich viel da, sondern auch, es ist auch die Studie in ganz Richtung gewachsen. Ich habe gehört, es gibt etwas Neues. Richtig, ja, du hast ganz recht. Es ist ja so, dass wir erstens damals, 1996, mit dem sogenannten Diplom-Studium-System gestartet sind. Da haben wir alle noch mit dem Diplom-Ingenieur-FH abgeschlossen. Dann war ja schon die Umstellung auf Bachelor-Master-System, Ende 2005 im Wesentlichen. Dann haben wir schon zwei Studiengänge gehabt eigentlich. Ja, und heuer zum Jubiläum, zum 25-Jährigen, freuen wir uns sehr, dass wir mit Herbst einen neuen Studiengang starten werden. Der nennt sich Smart Automation. Okay. Klingt englisch, ist es auch. Ist englisch, okay. Das heißt, es ist ein neuer Vollzeit-Bachelor-Studiengang, den wir zu 100% in englischer Sprache abhalten. Von der Schwerpunktsetzung bleiben wir der Automatisierungstechnik treu, aber legen einen ganz klaren Fokus sozusagen im Bereich der Digitalisierung. Das heißt vor allem Elektronik, Mikroprozessortechnik, IoT, IOT, beziehungsweise Informatik, also Programmierung und Co. Und insofern haben wir eine fachlich neue Ausrichtung, haben wir eine sprachlich komplett neue Ausrichtung und auch eben unser erster Vollzeit-Studiengang. Das heißt die Qualifizierung von neuen zusätzlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ja, Wahnsinn. Und ja, die Bewerbungsphase läuft. Also bitte Werbung machen. Ja, unbedingt. Und ja, sind wir schon sehr gespannt, wie am Markt ankommt. Und ja, wie es dann ist mit sozusagen auch internationalen Studierenden, die wir natürlich auch nach Österreich holen wollen, mit internationalen Lehrenden. Du weißt ja, wir haben eh über die Jahre viele Kontakte aufgebaut. Natürlich, ein großes Netzwerk. Zu ausländischen Universitäten, genau. Über Erasmus und so weiter. Jetzt macht es sich bezahlt, weil viele davon, Gott sei Dank, haben großes Interesse, das bei uns zu unterrichten. Viele wollen auch wirklich zu uns vor Ort kommen. Das letzte Jahr mit Covid war nicht nur schlecht. Manche sagen genau deshalb, ja eigentlich könnte ich das ja online auch machen oder zumindest ein Teil davon. Also da haben sie auch neue Türen geöffnet, was das Arbeiten mit internationalen Lehrenden betrifft. Und da freue ich mich schon riesig drauf natürlich, weil es einfach wieder ganz was Neues ist, letztendlich, was wir machen werden. Ja, super. Das hört sich gut an. Ja, Petra, Traumwetter haben wir heute erwischt. Ja, Wahnsinn. Jetzt sind wir da bei der Kirche angelangt. Da haben wir uns eigentlich verdient, dass wir was trinken, oder? Setzen wir uns her, genau. Und nochmal her setzen. So, oder? Schön ist da, würde ich sagen. Wirklich. Wenn wir schon bei schön sind, oder was war für dich das schönste Erlebnis in den letzten 20 Jahren? Ja, wenn du da zurückdenkst. Wenn du da zurückdenkst, gibt es eine Sache, die echt schön ist. Nämlich man fragt sich ja immer, ob man das Richtige tut und die Dinge richtig tut. Und irgendwie wünscht man sich ja auch, dass dann was zurückkommt. Und das schönste ist echt, und Gott sei Dank passiert das häufig, wenn Absolventen, Absolventinnen einfach wieder mal vorbeikommen bei uns oder zum Beispiel für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein Empfehlungsschreiben abgeben. Und wenn ich dann in der Phase, wo wir halt Bewerbungsgespräche haben, die ganzen Bewerbungsunterlagen durchschaue und mir alles durchließe und dann schreibt der immer Absolvent und empfiehlt seinen Mitarbeiter, wie gesagt, seine Mitarbeiterin, muss ich sagen, das ist echt eines der schönsten Erlebnisse und das habe ich jedes Jahr. Super. Weil man dann das Gefühl hat, schau, da muss was richtig gelaufen sein, sonst macht man das einfach nicht. So, es kommt was zurück. Und bei dir? Ja, zum einen, erfolgreicher Abschluss des Studiums, weil das ist das Ziel von jedem, der was anfängt zum Studieren. Klar. Und zum anderen, dass ich jetzt noch immer Teil der Campus 02 Familie sein darf, in dem ich unterrichte und die heute auch begleiten habe dürfen. Du, vielen Dank, ja, das hat mich sehr gefreut. Ja, eben, mich auch. Automatisierungstechnik. Standortsicherung. Noise-Canceling. Beste Erfindung, seitdem es Kopfhörer gibt. Plattform-Automatisierungstechnik. Gemeinsam sind wir stärker. Studieren. Karriere. Studiengangsleitung. Menschen auf dem Weg zum akademischen Abschluss begleiten. Lehre. Don't stop thinking about tomorrow. Etra. 1. harbor über die Üm. Jeu,ikkum. Und das. Das war die Üm. Wir brauchen die Üm.